Der Heilige, der sich nach Lacan wie Grazian zu verorten versucht im Realen. Denn verorten, vergegenwärtigen sie sich als dieser Körper in seiner Ausgedehntheit und seinen Projektionen der anderen Ausgedehntheiten von Raum und Zeit außerhalb und innerhalb. Und nehmen sie das wahr, gibt es nicht den geringsten Motivationsanreiz. Aus diesem Zustand sich zu entfernen und sich zu bewegen, irgendwohin, gleichwohin. Sie bleiben einfach erstaunt sitzen und fragen sich, was das denn sein soll, was das da ist, das da da ist. Vielen Dank.